Wie war das Stück vorhin denn? Das war eh mal Kegel, glaub ich. Ja, das stimmt. Wenn man als erstes gechant hat. Man muss das eigentlich immer gleich aufnehmen. Das fällt mir irgendwann ein. Ja, das suchen wir halt meist auch nicht mehr, oder? Ja, das stimmt. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020